So, mit Kuh heilen wir uns. Das ist schon mal super. Das ist dasselbe wie bei Diablo im Moment. Will ich da wirklich rein? Wo kam der überhaupt her? Ja, cool. Da steht ja so da was. Lass mal Käffchen trinken, oder? There is the bridge. There is nothing. Doch hier sollte nichts sein. Leidzeug. Schön. So. So. Feindliche Lebensform entdeckt. So. 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 In der zentralen Hangar-Bucht registriert. Rettungstrupps wurden informiert. Oh Mann. Ich hab keinen Schuss mehr. Fick dich. Ja, ja, komm mal. Ne, Alter. Pauli, was soll ich denn? Fick dich. Na gut, ich bin richtig. Oh, fuck. Motherfucker. Oh, Mann, Alter. Was ist da unten los? Was ist mit dem Schuttel passiert? Das war unser Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra. Nein, Hammond. Das ändert alles. Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Käptens. Und, wo ist der Käpt'n? Hier ist er. Käpt'n Benjamin Matthias. Aufenthaltsort? Map-Lab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Information. Finden Sie den Käpt'n, dann haben Sie auch seine RIG. Und mit seinen Autorisierungs-Codes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac. Ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine RIG so schnell Sie kann. Was war das? Halt! Hallo, ist los! Das schafft ihr wohl. Das ist einer gegen zwei, Alter. Ich durfte gerade zwei gegen eins machen. Das ist un-cooler. Wie viel Schuss? Ich habe doch vorhin hier jemanden hochklettert gesehen. Der ist ganz frechlich. Was ist denn das? Noch mehr Platz für Energie. Aber nice, Junge. Willst du von oben kommen? Okay. Was wollen wir wissen? Bisschen zum Monorail. Ach, nö, Alter. Boah, ich finde ganz so hart und kein Licht aushalten. Alles nur das nicht. So komplett finster geht man gar nicht lang. So. Da können wir speichern. Das ist gut. Was ist das hier? Da müssen wir wahrscheinlich hin. Ich habe so das Gefühl, dass hier irgendein Monorail rauskommt. Oder auch nicht. Ja, wir haben ja genug Fuß. Können wir ja verschwinden. Was wird da gelabert? Erstmal in Speichel Reno machen. Ah, nehm, bitte. Ja, ich möchte gerne überschreiben. Ja, nice. So. Das sieht doch. Äh. Äh. Einmal nach rechts. Eingabe. Lol. Die heilen nur so wenig. Oh, man. Oh, mein Gott. Hallo. Is it me? What I'm looking for? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Wieder ein Aufzug. Du bleib draußen. Eine Mongo-Tasche. Ach, fick dich. Oh, mein Gott. Weiter geht's. Okay. Hier gibt's wenigstens nur ein Weg rein, ein Weg raus. So, wie sich dat gehört für'n Aufzug. Diese ganze Scheiße hier mit hinten und vorne und vorne und hinten Tür. Links und rechts. Oh, mein Gott. Oh, mein Job. Wenn ihr in der Tafel ist, können Sie Objekte safe ablegen, die Sie über Ihren Shop im Schiff aufrufen können. Also hier ist ein Shop. Hier müsste doch eigentlich safe sein erstmal, oder? Wenn ich mal dann hole. Eine Werkstatt. Dann brauchten wir. Gut, Knoten brauchten wir dafür. Das ist eine Monorade. Mit der fahren wir gleich. Den Plasma-Cutter haben wir. Stahlen-Kanone. Das hört sich doch mal nett an. Impulsgewehr. Militärisches Sturmgewehr mit hoher Feuerrate. Anzug-Level 2. Erweiterte Mentarslots und Panzerraum. Hm. Plasma-Energie-Munition für Plasma-Cutter. Sechs Schuss für 1200. Okay. Medipack-Line. Luftkanister. Kleiner Luftkanister, der die Luftkanzeige wieder auffüllt. Was ist denn Luftanzeige? Starz-O-Pack? 5K! Alter Vater, Energieknoten. 10K! Ihr seid ja des Wahnsinns. Jetzt weiß ich nichts weiter mit breitem Strahl- und zeitgesteuerten Pulsgewehr. Hört sich gut an. Ich bin ja... So. Ich bin ja netter. Und dann holen wir uns noch... Das. Okay. Die Frage ist, wo kriege ich Munition her? So. So. Der schießt schon mal mehr Sachen ab. Äh. Das ist auf 2, oder? Nein, auf 3. Wieso bist du auf 3? Kann ich das nicht irgendwie ändern? Ähm. Momentan. Ne, warte. Da oben kann man doch hin und her wechseln. Ich will das... Äh. Das. Kann ich das nicht irgendwie verschieben? What the fuck? Verstehe ich nicht. Also ich kann... Da bringt gar nichts. Also ist es... Okay. 1 und 3. So. Ja, wie in der Skippe. Ähm. Was haben wir noch geholt? Starzisback. Bitte benutzen. So. Restliche Geld sparen oder... Muni kaufen. Muni ist immer gut. Wenn man Muni kaufen kann, bin ich dann zufrieden. Ich habe nicht genug Kredits. Ähm. Inventar ist hier. Okay. Puh. Gibt es ja auch einen Speicher braucht? Oder muss ich mich erst wieder durchfighten? Hier sollte es doch eigentlich safe sein. Das war schon Kapitel 1. Das war schon Kapitel 1. Beziehungsweise erst. Ja, ich möchte gerne speichern. Weil ich weiß, dass ich sonst drauf gehen werde. Intensivstation. Intensivstation. Was ist hier? Was hier? Was bist du für einer, Alter? Ich weiß nicht. Soll ich die abknallen oder nicht, Alter? Je. Eis kann denn nicht öffnen? Pst. Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen. Wie du es gesagt hast. Ich... Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? Setzen Sie Kineser ein, um Objekte zu bewegen oder zu werfen. Zum Shuttle... ...Brennen. Okay. Setzen Sie Kineser ein, um Objekte zu bewegen oder zu bewerfen. Wie wirft ihr die jetzt? Ah, okay. Bam, Alter. Hammer, geil, Junge. Wird er doch mit dem nennen? Yes. Hallo. Hallo. Ich bin Flabber. Bam. Okay, das könnte noch lustig werden. Ob ich die ganzen... Alter, ich denke doch an den meisten Scheiß hier gar nicht. Erlaubt ihr einfach so rumzustehen? Junge, mach deine Arbeit. Was könnte extremst von dir werden? Wollen wir raus da? Ja, ja. Zack. Schon aufgeräumt. Kein Licht, der Pass.